Alles Ruhe jetzt. Hol'n Puff. Mal zu, die Lu... Ein herz erfrischendes Mal und herzlich willkommen zu einem kleinen Testvideo und zwar spielen wir Human Fall Flat und ich habe den Key bekommen vor einiger Zeit, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ich zeige euch das Spiel mal. Ich habe das Tutorial schon gespielt und so die ersten drei, vier Level, glaube ich auch, um so ein bisschen in das Spiel reinzukommen und wir müssen hier Human Fall Flat spielen. Wir sind hier so ein kleines Ding. Weiß gar nicht, wie man das nennt. So ein Human. Man kann sich hinten so ein Bild drauf machen, das kann man auch vorne machen, das habe ich nicht ganz hingekriegt. Aber man sieht den eh nie von vorne, man sieht den nur von hinten und da sieht man halt mein schönes Gesicht jetzt. Und wir sind halt so eine Person, die kann hier so rumlaufen und runterfallen. Eben sind wir hier runtergefallen. Man kann Sachen mit den Maustasten aufheben und runterwerfen. Jetzt bin ich fast selber unter... Ich bin runtergefallen, das gibt es ja wohl nicht. Aber ich habe ein Schiefen dafür gekriegt, das ist schon cool. Oder? Ja. Easy peasy, sage ich euch, Leute. Wir müssen die... das Holz abreißen. Kann man da jetzt schon durch? Man kann schon spontan jetzt durch. Guck mal, hier ist ein Feuerlöscher. Wenn wir mit dem Feuerlöscher... Achso, wir halten die Wand fest. Denn die Steuerung ist halt nicht so leicht, wie man das... Oh, jetzt aber. Jetzt. Leute, passt auf. Wir machen die Scheibe kaputt. Ach so. Ah, smart. So, wir müssen hier jetzt durch wahrscheinlich. Erstmal rübergeklettert. Oh, guck mal, hier ist eine Baustelle. Wie kommen wir denn da rüber? Aber wir können rüberspringen, glaube ich, oder? An die... an die Glocke da? Sollen wir es versuchen? Wir versuchen es mal schnell, Leute. Jo. Das war nicht so erfolgreich. Ich gucke nochmal, ob wir es schaffen. Arme schon mal nach oben. Spring! Das hat wohl nicht geklappt. Wieder. Warte, warte, warte. Wie machen wir das denn? Wir müssen an die... an die Dings ran, bestimmt. Oh! Oh, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft an die... an die Dings. An die... wie nennt sich das denn? Abrissbirne? Ja, heißt tatsächlich Abrissbirne, glaube ich, oder? Lass mal los hier. Hallo? Können Sie mal bitte loslassen? Aua. Da konnten wir ihn jetzt mal von vorne sehen. Zieh dich hoch! Zieh dich hoch, Mann! Komm schon! Komm schon! Ne, er will nicht. Hallo? Hallo? Oh, geht's denn hier runter? Das ist nur gesch... geschütt? Ne, wie nennt sich das? Wie nennt sich das denn? Geröll? Guru Geröllheimer. So, was gibt's hier oben? Hier oben gibt's noch so'n... so'n Müllwagen. Soll der da runter? Ui! Warte, warte, warte. Wo müssen wir hin? Wir müssen da drüber. Ah, guck mal, da hätte ich... Da... ich muss in den Dings rein. Ah, warte. Dich nehmen wir mal kurz mit, warte. Können wir den runterwerfen? Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist ja wie in nem Albtraum! Mufasa! Langlebe der König! Aua! Ich hab' jetzt bestimmt... Das Level ist bestimmt im Arsch. Jetzt hab' ich's kaputt gemacht. Das war wirklich wie in so'n Albtraum. Habt ihr vielleicht mal so'n Albtraum gehabt, wo ihr so an so'n... äh... an so'ner Klippe gehangen habt oder so? Mal gucken, dass wir das Ding nochmal hier retten können. Oh, das war ja easy. Ähm... Oh, Mann! Warte, warte, warte. Wenn wir hier... Wenn wir's hier runterwerfen... Ja, das sollte passen. Komm mal mit. Komm mal mit, Müllwagen. Es geht halt nicht. Was soll der Müll denn? Komm! Schieb das Ding mal. Die Treppen runter. Oh, 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 oh! Alter, alter, alter! Halt an! Und jetzt schmeißen wir's hier runter. Mit uns zusammen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt kriegen wir das Ding auch nicht mehr gezogen. Aufkriegen wir. Kuck, ich verstecke mich da jetzt drin. Auf die Lume dicht. Alles Ruhe jetzt. Ruhe im Puff. War zu, die Luft. Habt ihr das eben gesichert? So, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ding nochmal umdrehen. Das war ja eher unsmart, das so Scheiße zu platzieren. Ah, guck mal, wir können es auch so ziehen. Dauert halt nur eine Viertelstunde oder so. Komm, Uschi. Komm schon. Du kannst ja nicht wehren. Hängt das fest? Nee. Komm, 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 komm. Zieh, Mann. So, ich schaff's auch damit. Komm schon. Ich schaff's doch nicht. Das ist ja wohl lächerlich. Das ist ja wohl lächerlich, Leute. Hier, zack. Spring hoch. Alles klar, alles klar, alles klar. Lauf, hoch, jump. Und wir sind drin. Wir sind im Kran, Leute. Wir sind im Kran. Einmal bitte hier. Äh, falsche Richtung. Einmal, andere Richtung. So. Weiter, 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 weiter. Warum schlag die Wand ein? Vielleicht noch mal Anschwung nehmen. So. Und jetzt aber. Ah! Einer geht noch. Komm. Komm schon. Weg da. Jetzt komm ich. Wir hängen jetzt an der Kugel dran. Oha. Oha, oha, oha. Okay, okay, okay. Ah, das wird nichts. Das wird nichts. Ich da jetzt einen mit? Das würde so nichts werden. Aber wir müssen. Ja, wir müssen ja darüber. Ich hätte die Kugel noch ein Stück weitermachen müssen. Egal. Okay, sollen wir versuchen mal drüber zu jumpen? Das wird wahrscheinlich nicht passen. Das wird nichts. Nee. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn darüber jetzt, nachdem ich die Kugel nicht so darüber gemacht habe? Oh mein Gott, war das knapp. Komm, steh auf. Oh, oh. Ich hab's geschafft. Egal wie, ich hab's geschafft. Los, hin mit dem Panschhättchen. Hauptsache, wir haben das Ding abgerissen. Naja. Egal, wir haben's geschafft. Jetzt nicht runterfallen wir. Ah, hier gab's sogar Glas. Hab ich gar nicht gesehen. Lass doch jetzt los. Was hat sich jetzt... Ach, die Tür ist aufgegangen. Oh nein! Aber so wär's richtig gewesen. Dann hätten wir da so rüber springen können. Jo. Egal, ich hab mich... Ich hab mich durchgecheatet. Und ihr wisst ja, Cheats, ne? Gehören ins Spiel. Komm, zieh das Ding mal an. So. Das reicht noch nicht ganz. Komm schon, komm schon. So. Legen wir das Ding auch nochmal hier. So ganz... Ganz... Hier, so. So. So macht man das zwar wahrscheinlich nicht. Das muss man wahrscheinlich ganz schnell machen. Aber... Ich hab's gepackt. Schon mal schaukeln hier. Hui! Oh, dass das nicht richtig war, wusste ich jetzt. Oh. Oh mein Gott. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Nein. Okay, wir schaukeln noch mit. Wir schaukeln, komm. Eins. Zwei. Alle. Hopp. Ja, dann doch schaukeln. Aber in die Richtung hier. In die Richtung schaukeln. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt nach vorne. Zieh da nach hinten. Zieh da nach vorne. Hopp. Jetzt die Kiste mitnehmen. Oh, oh, nein. Ich hab die Kiste mitgenommen. Ah, die ist da wieder. Alles cool. Ist wieder gespawnt. Alles cool. Alles cool. Entspannt euch. James, entspann dich. Alles gut. Komm schon, Kiste. Das wird super. Wir zwei, wir machen das hier. Kann ich die nicht auch hochheben? Doch, genau. Oh, oh. Er hatte den Dings an den Eiern. Kein Wunder, er kam da nicht rum. So, jetzt schaukeln wir nochmal kurz. Das ist so falsch. Ich bin mir so sicher, dass das anders geht. Und jetzt fahren wir mit dem Dings schnell rüber. Zack. So. Guck mal, wie entspannt er da hängt. Das ist alles so super. Ich bin so klasse. Oh, hier, so. Jetzt nehmen wir die Box mal mit hier. Zack. Spring nochmal schnell. Und legen die Box. Oh, wenn die Box jetzt runtergefallen wäre. Tag im Arsch. Breche ich ab. Oh, komm. Leg dich mal hier rauf. So. Jetzt wieder ein bisschen schaukeln. Einmal noch, einmal noch, weil es so cool ist. Und jetzt aber mit Schmackes. Komm, mit Schmackes. Ups. So, den kriege ich, ah, kriege ich den so weg. Oh, 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 oh. Und jetzt nehmen wir den Stein mal und reißen die Wand ein. So. So, ein echter Wikinger, sag ich euch. In der Regel hat ein Wikinger nämlich rote Bärte. Das Level finde ich cool. Da muss man viele Sachen kaputt machen. Tutu. So. So. Und da drüben ist der Hebel wahrscheinlich, wa? Und wir schwingen ganz schön. Schwing dein Ding, Ingo. Schwing dein Ding. Ach, da drüben ist das Schwingeding. Wir müssen da rüber. Arme schon mal nach oben. Laufen. Spring. Oh, ich hab's geschafft. So. Alles klar, Ingo. Alles klar. Mach mal hier die Kugel runter. Kennst du dich aus mit dicken Dingern? Zack. Ja, gut. Ist jetzt natürlich nicht so 100% optimal, ne? Wollen wir mal bitte die Tür auf hier? Ich muss eben mal kurz diese Kiste mitnehmen. Oh, Scheiße. Komm, durch. Ingo, ist doch kein Problem für dich. Das ist doch nur eine Kiste und eine Tür. Komm schon, ich wusste es, Ingo. Du schaffst das. So, jetzt müssen wir einmal hier so... Ja, dass das nicht funktioniert, hätte ich mir... Das ist auch nicht so 100%ig gesund, glaube ich, wa? Warte, warte, warte. Quetscht er sich da halt so durch. Aber Kiste ist auf jeden Fall drüben. Jetzt fehlen nur noch Bier. Ingo. Ingo, dein Arm. Wie... Dann macht es so. Oh. Lass deinen Arm los. Hopp. Und zack. Jawoll. Wir müssen irgendwas... Ach, da oben ist die Kiste. Okay. Okay. Arme schon mal nach oben. Hat es... Nein! Ah, da sind wir wieder. Dann stehen wir hier. Und als wäre das alles nicht genug, wir sind natürlich ein Akrobat. Ja, wir sind ein Akrobat. Ihr habt das genau gesehen. Das war zum Aufwärmen. Ne? Zum Aufwärmen. Komm. Go, go, go. Ich muss die Arme gar nicht hoch machen. Ich komme da so hoch. Oh mein Gott, war das nice. Mein Gott, bin ich geil. Jetzt müssen wir nur noch da rüber. Das war cool. So. Können wir da uns so rüber springen jetzt eigentlich? Boah, Alter, wie nice das ist. So nice. So, ist das die letzte Stage jetzt? Darum ist Exit. Alles klar. Das sieht auch nicht so aus, als wäre das jetzt schnell gemacht. Jetzt legen wir die einmal. Boah. Boah, der Typ ist echt stark. Aber bin ja ich. So. Guck mal, wie nice. Als wenn ich, als wenn ich das Spiel programmiert hätte. Und dann fahren wir das Ding einmal kurz hoch. So ungefähr. Und dann kann ich da so locker leicht hoch. Oh, vielleicht nicht von der Seite. So, das sieht aus, als müsste das so. Schmeiß das Ding mal runter. Achso, und dann kann ich mich da so rüber dingsen. Alles klar. So, hier auf den Splittern zu gehen, ist dann bestimmt auch eine richtige Idee. Was passiert jetzt? Aber wir haben die Tür aufgemacht. Alles klar. Und dann müssen wir uns da jetzt rüberschwingen. Warte mal kurz. Kann ich das dann nicht erreichen, oder? Von hier kommen ja wieder wieder hoch. Warte, warte, warte. Jetzt gehen wir hin. Dann wird das hier auch eine richtig gute Idee sein. Jo. Verkackt. Ich bin ja auch so schon ziemlich hochgekommen, ne? Beim Schwingen. So wird das nix. So wird das aber was. So, und jetzt? Ich bin ja auch so ziemlich hochgekommen. Vielleicht können wir ja mit Schmackes da durch. Ach, da ist Glas. Äh. Huiiii. Oha. Wir fallen ganz schön lang, ne? Bis zum nächsten Level jetzt. Sind wir mal gespannt, wo das ist. Oh. Da fielen so die ganzen anderen Sachen. Aber, das sollte es sein. Der erste Eindruck für mich, oder für euch sozusagen, ähm, von, äh, Human Fall Flat. Ist, äh, macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Link zu dem Spiel ist natürlich in der Videobeschreibung. Und, ähm, ja, lasst doch mal einen Daumen da, wenn ihr sagt, äh, das hat euch gefallen. Hier muss man mit dem Stein wahrscheinlich das Schloss kaputt machen. Äh, mir macht's auf jeden Fall sehr viel Spaß. Mal gucken, ob ich das nochmal privat weiterspiele oder in einem Stream oder so. Oder ob ihr sagt, Wuro, mach auf jeden Fall mal davon noch ein zweites Video. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, wenn's euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal in einem anderen Spiel vielleicht. Bis dahin. Ciao.